Henrik Haukelandz. Anerkannte Position. Byron auf der anderen Seite. Haukelandz macht es da schnell. Jeder Verein, der trainiert, immer Powerplay. Und jetzt haben sie Platz von Haukelandz. Stark von Hotland. Schon stören. Töderhalt. Jetzt wissen wir hier nochmal den Schuss sehen von Frank Hörtler. Kein Problem für Henrik Haukelandz. Über den rechten Flügel die Möglichkeit. Der Pass auf White. 35 Schüsse. Da spiegelt das Ergebnis da. Oberlin Zengerli. Der war total gefährlich. Aus dem Birken für die Gäste. Immer noch Brekko. Brekko, schöner Pass vor das Tor. Zweimal aus dem Birken. Von Jensen. Aus dem Birken. In der Mitte. Handgelenkschuss. Durch die Beine. Will das probieren bei Aus dem Birken. Der bleibt lange stehen. Das Ganze haben wir etwas anders ausgesehen. Da war die Münchner mit zwei aggressiv. Brekko. Aus dem Birken. Schöner fangen Sie. Voll aus dem Birken. Ja, da muss er auch sein. Vielleicht ist das dann jetzt sowas wie die kleine Trendwende. Wie wir sie vor dieser Partie angesprochen hatten. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.